Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit. Letzter Schluss. Ja, wieder einmal ist es geschafft. Es gibt eine neue Version meines Softwareverteilungssystems M23, die zweite Ausgabe diesem Jahr. Und was es da so alles Neues und Änderungen gibt, darum geht es in dieser Folge. Die größte Änderung dieses Mal ist, dass es jetzt Unterstützung für Linux Mint 21 mit dem Codenamen Vanessa gibt. Da gibt es drei verschiedene Desktops, Marte, Cinnamon und Xfce. Diese Desktops könnt ihr über M23 installieren auf Linux Mint 21 und die sind auch schon vorkonfiguriert. Zusätzlich zu diesen drei Desktops könnt ihr auch einen Textmodus nehmen. Dann habt ihr einen Linux Mint ohne grafischen Desktop. Ungewöhnlich, aber man kann es machen. Oder ihr installiert einfach bloß Xorg ohne Desktop-Umgebung und dann könnt ihr damit Dinge machen, die vielleicht so erstmal nicht vorgesehen sind. Und für Linux Mint 20 gibt es einen zusätzlich minimalistischen Marte-Desktop, der keinen Willkommensdialog anzeigt. Den seht ihr normalerweise, wenn ihr euch das erste Mal mit eurem Benutzer an einem System angemeldet habt. Der ist weg und es werden auch keine Medien-Icons auf dem Desktop angezeigt. Also wenn ihr einen USB-Stick ansteckt oder eine externe Festplatte, erscheint normalerweise so ein Icon, wo ihr draufklicken könnt. Dann wird das Medium gemountet und dann könnt ihr es in einem Dateimager euch angucken. Also das ist auch weg. Das kommt aus einem Kundenprojekt. Ja, und das waren halt die Anforderungen und ihr habt auch was davon, weil es im normalen M23 gelandet ist. Ja, also Linux Mint 21 könnt ihr auf euren M23 Clients installieren. Neben anderen Distributionen wie Debian 10, Debian 11, Ubuntu 20.04, 22.04 mit den Desktops. Ja, und das ist jetzt mit dazu gekommen. Und was gibt es sonst noch so alles bei M23 in dieser Version? Es gibt wiederum sehr, sehr viele Verbesserungen unter der Haube. Also das heißt, ihr werdet davon höchstwahrscheinlich nichts sehen. Ist einerseits irgendwie schade, so aus Entwicklersicht. Menge Arbeit ist da reingeflossen und keiner sieht es. Aber so ist es nun mal. Die M23 Init Scripts verwenden nun ausschließlich System D. Also die werden installiert auf euren Client-System, den M23 Clients. Und die sorgen zum Beispiel dafür, dass beim Hochfahren eines Rechners auf dem M23 Server nachgeguckt wird, ob es neuen Auftrag gibt. Der M23 Client lädt diesen Auftrag runter, führt den aus, schickt Informationen zurück an den M23 Server, wenn es geklappt hat oder wenn es eben auch nicht geklappt hat. Und das Ganze ist jetzt auf System D umgestellt. Vorher gab es noch Bestandteile, die auf Upstart, das wurde bei Ubuntu mal verwendet, eine Zeit lang darauf verwendet wurden. Das ist jetzt rausgefallen. Ja, und jetzt gibt es nur noch System D. Dann gibt es eine zusätzliche Option, mit der ihr einen M23 Client alle fünf Minuten nach einem neuen Auftrag fragen lassen könnt. Der fragt bei dem M23 Server, gibt es da was für mich zu tun? Und wenn der M23 Server einen Auftrag rüber gibt, dann führt der Client diesen Auftrag auch aus. Das ist für spezielle Umgebungen gedacht. Das kommt ebenfalls aus einem Kundenprojekt. Dann hat es auch wiederum unter der Haube PHP-Verbesserungen gegeben. Das ist die Programmiersprache, die eingesetzt wird. Da an vielen Stellen habe ich ein bisschen syntaktisch was geändert. Ich habe auch alten, nicht mehr benötigen Code entfernt, weil das Ganze ja auch in näherer, entfernter Zukunft auf PHP 8 umgestellt wird. Von daher habe ich da viele kleinere Bereinigungen gemacht. Ein anderes Thema ist das M23 Autotest. M23 Autotest, das ist ein Framework, womit ich M23 Funktionen so überprüfen kann, als ob ein Administrator davor sitzt. Also M23 Autotest klickt sich durch die M23 Oberfläche so wirklich durch, wie ein Administrator das machen würde. Dann werden im Hintergrund virtuelle Maschinen angelegt, wo drauf Installationen stattfinden. Und dann wird auf der virtuellen Maschine geguckt, ob dort Zustände erreicht sind, ob das Betriebssystem installiert wurde, ob irgendwelche Dienste laufen und so weiter und so fort. Und so kann ich mit M23 Autotest automatisiert in wirklich großer Menge überprüfen, ob M23 so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und dabei ist dieses Mal neu, dass M23 Autotest auch erkennt, ob man sich mit einem angelegten LDAP-Benutzer oder einem lokalen Benutzer an diesem System grafisch anmelden kann und ob auch ein Desktop läuft. Also da wird dann erkannt, ob da ein GNOM läuft, ob da ein MATE Desktop läuft oder was auch immer. Und das Ganze soll laufen, nachdem sich ein simulierter Endbenutzer an diesem System angemeldet hat über den Login Manager der jeweiligen Distribution und des jeweiligen Desktops. Zusätzlich gab es auch noch ein paar Aktualisierungen beim Linux-Kernel. Der wurde auf Version 5.15.77 aktualisiert für die M23 Boot-Medien. Das sind einmal Medien, die ihr auf dem USB-Stick schreibt oder auf eine CD brennt, falls ihr sowas noch habt, oder auch übers Netzwerkbooten bei PXE verwendet. Da wurde der Kernel aktualisiert und auch Busybox wurde aktualisiert, also hat wirklich einen relativ großen Sprung gemacht auf die Version 1.35. Wie es immer so ist, gibt es natürlich auch Fehlerkorrekturen, zum Beispiel für die Installation des GNOM-basierten Ubuntu-Desktops. Das hat da an einer Stelle gehakt, da muss sich irgendwo was geändert haben, denn als das M23-22.1 rausgekommen ist, da hat das alles funktioniert. Aber irgendwas hat sich da jetzt geändert, von daher braucht es da so einen kleinen Patch für, damit es auch wieder funktioniert. Und damit ihr auf dem M23-Server nach Paketen suchen könnt, die auf den Clients installiert werden können, wird ein Paketindex auf den M23-Server runtergeladen. Der wird so ein bisschen umgewandelt, damit er so einen Suchindex hat und da gab es in so exotischen Varianten Probleme mit. Ja, und das ist jetzt etwas, was der Vergangenheit angehört. Also ihr könnt jetzt auch in exotischen Paketquellenlisten suchen und damit Pakete auf euren Rechnern installieren. Es gibt natürlich noch viel, 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 viel mehr einzelne Punkte, die ich euch da jetzt nicht unbedingt einzeln nochmal vorstellen möchte, sonst sitzen wir in einer Stunde noch hier. Das Ganze könnt ihr euch in aller Ruhe im Change-Log angucken. Schaut einfach auf die Folie hier und dann könnt ihr es unterladen. Also es gibt immer unten einen Link mit Informationen zu diesem Video, was ich hier gemacht habe. Dann gibt es bei mir auf der Seite weisheit.groß-habermann.de zu jeder Folge, also natürlich nicht nur zu dieser, sondern wirklich zu jeder Folge Informationen. Da steht einmal drin, wo es das auch noch gibt. Wenn es jetzt bei YouTube guckt, gibt es auch einen Link zu Peertube und umgekehrt natürlich auch. Und es gibt immer einen Link zu diesen Folien, die ich hier im Video zeige. Und da könnt ihr dann sehen, welche Links sich hier hinter verbergen. Also auch zu Autotests natürlich. Wie kommt ihr jetzt an die neue M23-Version? Es gibt Pakete, die ihr auf Debian-basierten Distributionen installieren könnt. Also einmal auf Debian 9 auch noch. Auch wenn ihr Debian 9-Server nicht mehr wirklich betreiben solltet. Denn seit dem 20.06. gibt es keine Updates mehr dafür. Also Debian 9 solltet ihr möglichst schnell auf 10 oder 11 hochziehen, wenn ihr es produktiv einsetzen möchtet. Ja, also so ein System ohne Sicherheitsupdates laufen zu lassen, habe ich immer Bauchschmerzen mit bei. Solltet ihr auch haben. Wenn ihr eine gute Firewall habt, das Ganze bloß intern ohne Internetzugang oder sonst irgendwie betreiben wollt. Dann müsst ihr ja selbst wissen, wie das mit eurem Risiko dabei ist. Ja, Debian 10 und 11 könnt ihr die M23-Server-Installationspakete installieren. Oder auch auf UCS. Auf dem Univention Corporate Server könnt ihr Pakete entweder direkt installieren. Oder theoretisch auch über das App-Center von Univention. Das App-Center hakt gerade ein bisschen. Ich habe es noch nicht geschafft, meine aktualisierten Pakete dort hochzuladen. Ich hoffe, die kriegen das möglichst bald gefixt, sodass deren Self-Service funktioniert. Ihr könnt natürlich auch bestehende M23-Server aktualisieren. Das könnt ihr über die M23-Oberfläche machen. Oder ihr macht das über APT mit APT-Update, APT-Upgrade und dann werden die neuen Pakete installiert. Dieses Mal habe ich mir nicht die Mühe gemacht, neue Installationsmedien zu erstellen. Also es gibt für Raspberry Pi kein Kartenabbild. Es gibt kein neues ISO von dem minimalistischen Debian-Installer, den ich gebaut habe. Und für VirtualBox gibt es das auch nicht. Also wenn ihr es auf einer der Plattformen benutzen möchtet, installiert M23-22.1 und macht ein Update. Noch ein paar weitere Informationen. Ihr könnt euch noch ein Video angucken, wie eine M23-Version so entsteht. Das ist auf die Version 22.1 gemünzt, ist aber quasi genauso, wie es bei jeder M23-Version ist. Da habt ihr hinter diesem Link ein Video, könnt ihr euch angucken. Genauso, wenn ihr jetzt neu mit M23 sein sollt, also einsteigen möchtet, gibt es verschiedene Videos, die ich gemacht habe. Wenn ihr M23, den M23-Server mit dem Server-Installations-ISO aufsetzen möchtet. Wenn ihr den über Debian-Pakete installieren möchtet, dann habt ihr schon ein vorhandenes Debian-System in der Version 10 oder 11. Also wenn ihr neu anfangt, würde ich empfehlen, dass ihr einen Debian 11 gleich nehmt. Und da könnt ihr die M23-Server-Installationspakete dazu installieren und hinterher habt ihr einen M23-Server. Oder für die weiteren Schritte, wie ihr den M23-Server installiert und konfiguriert. Dann haben wir noch weitere Videos, die in dem M23-Kosmos so ein bisschen mit dazugehören. Einmal zu FreeIPA, das ist eine Benutzer-Authentifizierungslösung, also quasi Kerberos LDAP in so einem Komplettpaket. Da habe ich ein paar Videos zu gemacht, findet ihr auch in meinem Kanal. Also wie ihr FreeIPA fernsteuern könnt mit PHP und der JSON-RPC-API. Wenn euch das interessiert oder zum Thema FreeRadius habe ich auch Videos gemacht. Wenn ihr M23 einsetzen möchtet und irgendwie eine spezielle Umgebung habt, Anpassungen möchtet oder sonst irgendwas, gibt es auch kommerziellen Support von mir unter dieser Adresse. Kleiner Hinweis dazu, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich mache erstmal ein bisschen Urlaub. Es wird zwar weitere Videos in dem Kanal hier geben, das mache ich schon weiter. Aber ich mache erstmal Pause mit allem, was eigentlich so kommerziell ist. Bis in den Januar rein. Ab dem 8. Januar bin ich wieder für euch da. Wenn ihr da irgendwie Interesse haben solltet an Support, Anpassungen, Entwicklung, pipapo für M23. Sehr gern, aber eben erst ab Januar wieder. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Wir haben uns gerade wieder. Das Abschüsse hat von Anpassungen, Falls Bis dann. outgoing Ihr stayedeyen. Bis dann. hormones. most어요. Untertitelung des ZDF, 2020